Rihanas 30-step-day, Nichte-Majesty stiehlt allen die Show Sie hat ihrer berühmten Patentante die Show gestohlen. Am 20. Februar feierte Megastar Rihana in New York ihren 30. Ehrentag. Bei den Feierlichkeiten zu dem runden Geburtstag durfte die Familie der Sängerin natürlich nicht fehlen. Mit von der Party auch die Kleine, die Tochter von Riris Cousine noch. Und die hat ihrem Namen alle Ehre gemacht, mit einem Kröhnchen auf dem Kopf zog sie am Abend alle Blicke auf sich. Mit gerade einmal drei Jahren setzte mit ihrem Auftritt das wohl größte Fashion-Start-Themen des Abends. Unterfelljacke, schneeweißes Prinzessinnenkleid und eine eigene Krone – da scheint sie sich einiges bei, 30, abgeguckt zu haben. Schließlich gilt ihre berühmte Patentante als absolute Fashionista. Kein Wunder also, dass auch sie die Fotografen mit ihrem Look wieder mal begeisterte. Prinzess Outfit und Knallpinke, aufgebauschte Robe machten deutlich, das Thema des Bitter-E-Basses war Glamour pur. Die zahlreichen anderen Promi-Gäste hatten gegen dieses stillsichere Doppelpack keine Chance. Zwar machten auch Paris Hilton, 37, und Toni Braxton, 50, eine gute Figur auf der Party mit ihren schwarzen Teilchen konnten sie jedoch nicht mit den barbadischen Schönheiten mithalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017